Und es war so knapp. Komm, Lichtle, Lichtle, komm her. Und weißt du, was das krass an der ganzen Sache war? Oh, das war ich nicht. Leute, ich hätte fast Big Daddy noch komplett gefressen. Es war so knapp. Ja, er hat ihn dann mit Eskimo. Ja, weißt du, warum ich verloren hab? Weil er dann Eskimo ein bisschen was gegeben hat und dann Eskimo mich nochmal gesplittet hat. Nachdem ich mich wieder verbunden hatte. Und dann war ich halt in so einem Kreis und da konnte ich nichts mehr machen. Lichtle, Lichtle, wo bist du? Ich geh jetzt nach rechts oben zu den Fetten. Okay, rechts oben. Weil wenn wir die Fetten immer so ein bisschen splitten mit dem Grünen, gell? Dann haben wir die richtig große Chance, wieder groß zu werden. Alter, aber Lichtle, weißt du, wie ich abgegangen bin? Guzo, du hast es wieder nicht aufgenommen, gell? Klar. Du hast es nicht aufgenommen, oder? Ich nehm die ganze Zeit auf, du Lappen. Aber man sieht es nicht in deinem Game, gell? Nee. Eskimo ist gerade in 30 kleinen Teilen, gell? Da ist Guzo. Da ist die Siax. Wo seid ihr denn, gerade? Rechts. Oben? Oder unten? Hä, warum ist es gesplittet? Guzo. Doch, du warst zu... zu big dafür. Fiede mich. Warte doch. Nein, 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 geh weg. Geh nach oben, geh nach oben. Ja, geht's schütt. Der Freddy wird gerade richtig fett. Ach Guzo, weil ich seh dich. Läuft bei dir. Guzo, fied mich her. Fied mich weiter. Warte, 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 kurze. Leute, seid ihr irgendwo in der Nähe von dem Eskimo oder Big Daddy? Guzo, hinter dir ist Croatia. Geh weg, geh weg. Flieg, flieg, flieg. Oh, oh, nee. Ah, Colin, ah, das ist der Teammate. Nice. Hä, da oben. Kill ihn. Danke. Danke, perfekt. Super. Ja, gib mir mal meine Masse weg, genau. Ja, Eskimo ist gesplittet. Eskimo ist gesplittet. Okay, wo ist Eskimo? Nein, er hat mich ganz gefressen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ohne Sprecher. Was ist jetzt passiert? Ich hätte Eskimo so easy komplett essen können. Ich bin einfach in sein... Weißt du, da waren so tausend kleine Teile und ich bin einfach in den größten Straight reingefahren. Du, so war, geh von der anderen Seite. Ja, okay, wir treffen uns jetzt wieder alle rechts oben, okay? Leute, wo seid ihr? Ah, scheiße. Treffen uns alle wieder rechts oben, oder? Nee, rechts oben ist gerade richtig kacke. Ja, rechts oben. Lass mal links oben gehen. Oder rechts unten. Nee, rechts, links oben. Wir fliegen alle gerade an links oben. Das war jetzt ein bisschen fail. Ja. Guzo, komm. Guzo, Guzo, geh da weg. Da, 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 da. Guck mal, den, DNA, den A-Beins. Oh, toll. Oh, wo seid ihr? Wir müssen gucken, dass wir... Da, lichtige Gucken. Da, da. Die sechs Lichtlein. Nein, wir werden jetzt ein bisschen... Wir werden machen... Boah, was ist das? Was war das? Au, meine Ohren. Was war das? Keine Ahnung. Wer war das? Au, meine Ohren. Hä, was mit deinen Ohren? Hast du nicht das Geräusch gehört? Ich hab auch nichts gehört. Ich bin nur gegen die Bandtick geflogen. Ich hab auch nichts gehört. Hier, Carwin. Wir nehmen den oben links. Ja, komm, oben links, Lichtle. Wo bist du? Ich bin richtig groß geworden. Wir gehen oben links. Ich flieg nach oben links, Lichtle. Komm nach oben links. Komm nach oben Mitte. Ich bin gerade richtig groß. Da, Guzo, Guzo, Guzo. Ja. Okay. Da, Ralfcraft. Getter den. Oder... Ja, 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 ja. Warte. Gib mir ein bisschen Ding, dann esse ich dich. Komm her, warte. Warte. Gib, gib, warte. Ey, Digga! Nee! Alles cool. Wo seid ihr? Wir sind jetzt alle, wie... Ey, die sechs, bleib da. Feed, 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 feed. Ich kann mich splitteren. Da drüben ist so ein anderes Gitter. Danke, Karel, Karel, Karwin. Ich fliege auch nach da unten. Ja, ich gehe. Die Team, die Team. Feede mich. Guzo, Guzo. Nee, feede mich noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ja, sie hat sie ründer, ründer, ründer. Nein, nein, Guzo, feede mich. Guzo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was, bitte? Jeff, geh weg. Was bin ich denn? Feede, 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 feede. Feede, feede weiter. Ja, nice, nice, nice. Nice. Go, 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 go. Also, ich würde mal sagen, das geht schon ziemlich gut ab hier. Das geht jetzt wirklich schon ziemlich gut. Ja, wir sind jetzt schon übel. Wir sind jetzt so... Da, bei... Werder ist nicht. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich... Warte, ich splitter, ich splitter. Warte, 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 ich... Ich kann... Nur ich kann mich splittern. Geh weg. Doch, ich kann mich splittern, warte. Aber der ist also in the way. Da ist das grüne Kudel-Schooch. Wir sperren ihn ein. Läu, wir sperren ihn so richtig kacke ein. Nein. Okay, nice. Warte, geht er erstmal raus und dann... Das ist richtig, Leute. Das ist wirklich gut geplayt. Auf jeden Fall. Ich bin nur noch... Ey, Big Daddy und so sind alle gesplittert. Guck mal, die sind alle gerade aufgeteilt. Schnell, wir müssen irgendwo zu denen. Ja, die sind alle gerade gesplittert. Ja. Oh, nice. Oh, der war ganz gut. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Lichtle, der war sehr gut. Football Talk unter uns. Unter uns. Unter uns. Der hat mich geflittert. Nicht, 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 wieder mich. Splitte dich auf die Freiheit. Splitte dich auf die... Splitte dich doch. Was? Ich kriege den da nicht mehr. Doch, 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 doch. Der vielleicht in die Fall. Und die Fall, alter, was geht mir. Nee, doch nicht. Der vielleicht auch nicht in die Fall. Seit ihr. Doch, er ist in der Fall. Seid ihr links unten. Ja, wir fliegen gerade nach links unten alle. Somme. Und the football talk is in the fall, alter. So gut, nee, doch. Nein, die ganz links unten. Ja, es dauert bloß zu. Da, ich bin ganz links unten in der Ecke. Wo seid ihr? Ich komme. Siehst du the football talk? Gehe gar niemanden. Der hat uns den Garaus gemacht. Hey, seid ihr alle gestorben? Der hat mich gefressen. Echt? Ja. Die sechs, wo bist du? Komm links nach unten, dann kann ich dir helfen. Links unten will ich ja gerne, aber da... Ja, da, ich, 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 ich sehe die Seaxe. Ja, wo? Auch links unten. Ey, Football talk. Football talk. Warte, ich muss mich einmal wieder dribbeln. Ja, 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 ja. Leute, wo seid ihr? Links unten. Also... Ganz links unten? Nee, nicht ganz. Ich kann dir nicht drobern. Die Seaxe ist ganz, ganz links, komplett links, aber mittig so. Ey, guck mal, wie klein Big Daddy ist. Ich bin größer als Big Daddy, WTF. Ja, du bist sechs, du bist platz sechs. Ja, komm. Wir fliegen, wir essen jetzt alle weg. Die scheinen alle nicht mehr so groß zu sein. Wo seid ihr? Wir fliegen gerade, wir waren gerade links, wir fliegen Richtung Mitte jetzt. Carwin ist auch da, genau. Wir haben uns jetzt eigentlich alle wieder... Fuck, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Fuck, nein. Big, Big Baby, Big Baby. Knall ihn, knall ihn. Ich will wieder mitspielen, kommt doch jetzt nach unten. Knall ihn, knall ihn. Der ist zu weit weg, mein Guzo. Wo seid ihr? Mitte, Mitte, Mitte. Football Talk. Geht auch nicht, der ist auch zu weit weg schon wieder. Wir fliegen gerade nach ganz unten, Lichtle. Genau. Nach ganz unten, einfach so etwas links. Mitte, Mitte unten, ja. Ja, Mitte unten. Und es geht gut. Da, Football Player Talker. Da oben, oben, oben. Leute, ich brauche Hilfe. Oh, da, ja. Die fliegen sich. Nimm Big Baby, nimm Big Baby. Nein, dann übernimmt so dieser fette Rote, Mann. Splitter dich doch für Baby. Leute, wo seid ihr doch? Mann, ich will wieder mitspielen. Wir sind ganz oben. Ohne Scheiße, es macht keinen Spaß. Wir sind ganz oben. Warte, Lichtle, jetzt geht's hoch. Jetzt geht's langsam hoch, ja. Ja, links, rechts, oben, unten. Mitte, Mitte, Mitte. Richtung rechts gerade, Richtung rechts. Pass auf, geh weg, geh weg. Away, away from there. Nimm hier rechts. Nimm der Wetterruck. Nein, kann ich nicht, Guzo. Mann, bist du blöd. Dann hinter mir so... Dann splitterst du dich. Ja, den sehe ich doch. Dann wärst du aber weggesprungen. Nein, natürlich nicht. Dann schlittert er sich auch einmal und dann ist mein kleiner... Dann hier, hier vor dir. Chan. For Chan. Kann ich... Oh. Momo. Oh, aha. So much many luck. Es ist For Chan. Seid ihr bei For Chan? Nein, wir müssen... Nein, wir müssen... Ja, Lichtle, da sind wir. Ich bin unten, ich bin unten. Jetzt musst du hochkommen. Hey, wake up. Ja, komm doch zu mir, Mann. Pass auf, pass auf. Ich werde gleich gefressen von Football Talk. Komm zu mir. Ich bin richtig groß. Ich bin 600, Mann. Komm doch jetzt runter. Ich seh dich. Ich kann nicht runterkommen. Jesus, komm doch jetzt runter. Ich kann gerade nicht. Ich flieg in dich rein. Ich bin komplett weggegessen. Und ich bin 1200. Komm doch jetzt rein. Oh mein Gott. Du bist so dumm. Wir hätten so easy Football Talk killen können. Ja, wie denn? Ich wäre doch auf dem Weg einfach komplett weg gewesen, Mann. Wieso? Das bringt's auch. Ja, weil da... Omnomomnom war. Dann dieser... Schilp, Blue, Big Ball... Super, den man schon wieder nicht. Doch, da ist es, ich sehe Guzo und Dings. Ich seh die Seaxi, ja. Mit dich wieder. Bin genau da, wo ich gerade vorher war. Da ist Omnomnom. Ja, warte. Ja, dann flieg ich zudem in die Richtung. Ich weiß nur, wo der ist. Der ist direkt gesplittet. Der ist richtig klein. Ja, dann könnte ich ihn Eden, aber ich sehe ihn nicht. Bis ich da bin, hat er sich... Da ist Monomom. Der ist gerade erster Platz. Ne, ja, der hat sich jetzt wieder mit seinem Monomom... Wo seid ihr? Wir fahren jetzt nach rechts. Ganz oben. Einfach Mitte oben. Okay, Mitte oben. Dann ab nach oben. Da ist T. Okay, schau. Ab nach oben. Ab nach oben. Oh, ist der fett. Weg von da. Genau, dieser Monomom, genau. Mitte oben. Ja, ja, wir kommen. Wir kommen. Ich muss den aber umfliegen ein bisschen. Ein Stück. Wenn wir auch versuchen, den zu splitten. Boah, ist halt ein bisschen risky. Ja, da habe ich bis jetzt nichts gesehen, was grün ist. Lichtle, wo bist du oben, ja? Da, Guse, Guse, Guse. Bleib stehen, bleib stehen. Okay. Wo ist dieses? Der kommt unten rechts. Von uns aus gesehen, der unten rechts. Hier, hier, you see me. Rechts. Ne, 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 oben, oben. Omnomnomnom ist komplett weggesplittet. Omnomnom ist komplett weggesplittet. Weggesplittet zu, die 6. Rechts, rechts, rechts. Rechts unten, weiter von dir aus. Ich bin, ich bin vielleicht gleich am Arsch. Komm runter. Ich bin jetzt ganz rechts oben. Ganz rechts oben. Da ist Guse. Genau, jetzt seht ihr euch. Und jetzt will ich eine ordentliche Partie sehen. Da ist Azal, Hilfe. Die 6. Ich gucke. Hilfe, die 6, wenn er sich jetzt blittet, sehen wir beide. Wow. Ich dachte, du isst meinen kleineren Teil, um ihn zu smogockeln. Dann hätte er sich nicht splittern können, weißt du? Für uns beide nicht. Soll ich den essen. Ja, der warst doch größer als der. Ich dachte, du kannst... Ja, ich wusste nicht, dass du den nicht ganz essen konntest. Ich dachte, das wird genau passen. Das wäre doch übel der gute Plan gewesen. Link holt dich jetzt. Nein, der ist kleiner. Ja, nein! Fast. Nochmal noch. Ah, ne, zu spät. Nein, zu spät, zu spät. Gib mir mehr. Vielleicht an der anderen Seite. Ich probier mal, weil auf mich fiel der sicher nicht splitten. Vielleicht haben wir nicht blöd. Ja, wenn ich blöde, nehmen wir wieder zusammen. Das passt schon, wir sind wieder zusammen. Genau. Da ist Kling. Den können wir einsporen. Vielleicht ist so ein dummer Spieler und der schiebt Panik und splittert sich. Dann wisst ihr, wenn der in der Ecke ist. Licht hier, pass auf. Gibt ja so dumme Panikplayer, die sich dann so hart splittern, dass ihr Anus blödert. Weg, weg. Wieder, 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 wieder. Ja, ja, ja. Wieder hin. Grusel, wieder hin. Grusel, wieder hin. Ja, 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 warte. Nein, ja, ja, ja. Oh, was? Not real. Oh mein Gott. Ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe. Das war aber eine knappe Kiste. Eine richtig knappe Kiste. Wo spielt sie damit? Nur gerade ein bisschen sortiert. Ich, ich muss diesen, ich muss diesen hellgrünen da essen. Ja, 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 genau. Wo seid ihr? Ich bin ganz links, oh mein Gott. Wir treffen uns rechts unten, okay? Ja, rechts unten sind wir gerade blickt. Okay, on the way. Diese Aktion. Oh, nee, nee, nee. Der, der ist, der geht groß. Der, 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 ich bin zu groß. Oh mein Gott, da ist Europa oder so ein Scheiß. Da ist Big Daddy. Und da unten ist so ein Gelber, da ist Azal. Guck mal, da ist Azal. Azal ist komplett gesplittert. Den kriegst du aber nicht. Den kriegst du aber nicht. Doch, das ist vielleicht möglich, irgendwie. Fieden. Der hat sich wieder irgendwie verbunden, der hat, der hat an die Wand gefeedet und hat sich alles selber hochgefahren. das war übel schlau, das ist übel schlau das ist übel schlau das ist toll, wo seid ihr? Big Daddy Food toll ja, Grabelle, Big Daddy, aber ich bin unten rechts also auf dem Weg nach unten rechts ich bin auch gerund unten rechts, die Sechseite noch unten rechts das ist Arnus Boy ja, ich bin tot ja, ich bin tot ich probiere mal mit Asal zu Team Amber, Ember ich mit Asal ich mit Asal genau, Team immer mit Asal nein, nein, Omnomnom ich hab's gesehen, ich war direkt daneben hey, weg da, weg da ey, Omnomnom, und dieser Nomomomom guck mal, weißt du wie groß Omnomnom wo seid ihr, jetzt lebst du noch nein, ich bin komplett ausgeschaltet Omnomnom und so haben sich komplett gesplittert Calvin, hilf mich, mega Gamer Calvin, hilf mir, hilf mir, Calvin viele mich jetzt, viele mich jetzt warte Nonnomnomom ist, ist gerade, ähm warte, der erreicht vielleicht 20.000 Mas der erreicht vielleicht 20.000 Mas nein, die gegnern zusammen easy, er bricht nicht mein Rekord, der Lapp, Alter scheiß Nook trefft uns rechts unten trefft uns rechts unten trefft uns rechts unten unten rechts finde ich euch gar nicht da, ich, ich komm grad ich hab ihn auf 7,39 ganze Zeit, aber find irgendwie kommen so, also, für mich ist es jetzt langsam zu spät ich hoffe, ihr hattet Spaß ich gucke mal, ob ihr geht noch Schneider aber ich denke mal nicht, ich werde das nächste Mal raushauen ich wünsche euch was, haut rein bis dann schon